Wie Sie ja natürlich alle wissen, geht es um unsere Verkaufsbilanz in China von unserer doch so heiß geliebten CD Beyond Money and Power von den Jack-Up-Lags, die Sie natürlich alle kennen und lieben. Also, wie Sie wissen, sind wir mit einem bombastischen Start in den Verkauf gegangen. 15.000 CDs verkauft, allein im allerersten Monat. Also, das ist schon mal wieder einen kleinen Applaus wert, würde ich sagen. Der zweite Monat hat sich natürlich nochmal um 5.000 gesteigert, aber der Monat danach, es hätte besser klappen können, würde ich mal sagen. Aber dafür, der Trend für 2007 ist aufwärts, deswegen danke ich den Aktionären und natürlich der chinesischen Marktwirtschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mach mir das mal ab hier! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017